Bernd, hast du später etwas vor? Sie spricht mich an. Was soll ich tun? Bernd? Hallo. Ich dachte, er mag mich. Ich mag sie. Aber ich bin zu schüchtern. Ich brauche Hilfe. Wen frage ich zuerst? Lehrer Jung ist sehr alt. Er hat viel Erfahrung. Ich frage zuerst ihn. Also, können Sie mir helfen? Natürlich. Als ich so alt war wie du. Bernd, alles klar? Ja. Jetzt bin ich nicht mehr schüchtern. Danke. Ich helfe gern. Das hilft mir nicht weiter. Wen soll ich als nächstes fragen? Klara. Auf sie ist Verlass. Bernd, ist es wahr? Maya mag dich? Ich weiß nicht. Ich bin zu jung für sie. Maya ist fast ein Jahr älter. Sie passt nicht zu dir. Das war brutal. Ich weiß. Aber sie ist nicht die Richtige. Danke für deinen Rat. Bernd, wie war deine Pause? Zu kurz. Ich glaube, er mag mich doch nicht. Zu kurz? Ich Idiot. Ich brauche einen Mentor. Er ist ein Kämpfer. Gib nie auf. Er kann mir helfen. Bernd, was führt dich zu mir? Was es auch ist, ich kann helfen. Nichts ist unmöglich. Es geht um ein Mädchen. Oh nein. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss ihn fragen. Stefan. Du isst einen Apfel? Bist du verrückt? Das ist nur Tarnung. Ich dachte, du bist der Trainer. Stefan, wir sind Feinde. Erz, Feinde. Aber auch Feinde müssen manchmal Frieden schließen. Frieden schließen? Unmöglich. Es geht um ein Mädchen. Gut. Ich helfe dir. Ich bin ja kein Unmensch. Natalie mag dich. Sei einfach du selbst. Natalie? Es geht um Maya. Maya? Sie hasst dich. Halte dich von ihr fern. Ich muss weg. Wir sind wieder Feinde. Das ist alles sehr kompliziert. Bernd. Hast du Probleme? Ja. Alles ist so kompliziert. Ich weiß. Weißt du, was ich mache, wenn ich Probleme habe? Du besuchst Bruno im Zoo. Manchmal. Aber meistens höre ich Musik. Magst du Musik? Sag jetzt bloß das Richtige. Magst du Musik, Bernd? Nein. Ich liebe dich. Wie bitte? Ich meine, ich liebe die Musik. Ach so, du magst sie nicht, du liebst sie. Lass uns mal zusammen Musik hören. Sei jetzt bloß kein Idiot. Das ist deine Chance. Vielleicht... Vielleicht morgen nach der Schule? Denkst du auch, was ich denke? Ja. Wann fangen wir an? Jetzt gleich. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit.